So hier sind wir wieder, das Spiel ist irgendwie wieder gecrashed Braucht ihr mich nicht fragen warum Es ist crashed irgendwie immer öfter Ich habe keinen Plan warum So Auf jeden Fall können wir jetzt hier runter gehen Und erstmal F8 drücken So Ich habe eine Wende gefunden Das Tor ist immer noch verschlossen Vielleicht gibt es noch eine weitere Wende Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt Folge ihm Vielleicht braucht er Hilfe Okay Süden, Süden, Süden Süden, wo ist Süden? Äh, Süden Ah, hier Cool Cool, du bist schwul Ich will nicht Niemals Würde ich niemals Danke Danke Gut gemacht Dann muss ich mich nicht darum kümmern Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht Also wenn da ein Ghul war Und dieser, wie hieß der? Remplan Rufus An dem Nicht vorbeigekommen sein dürfte eigentlich Äh Alter Alter Skorpionen sind echt krass Krass drauf Die Jungs Nein Jetzt habe ich eine 9 genommen Egal So Ich habe wieder 10 Punkte Ich überlege, ob ich jetzt 6 Level steigen soll Also die Ach, hätte ich doch Axtkampf gelernt, ey Welches doppelt so stark Äh, wenn hier jetzt der Süden ist Und hier das Ende ist Wo soll dann irgendwie Rufus sein, Leute? Äh Das ist jetzt Ach du Scheiße Wo kommt der denn her? Ah, ja, ja Lalalala Lili Lili Ey Das war jetzt nicht gut von dir, Junge Ich dachte, wir werden dicke miteinander Ey Hat der Spaß schon ohne mich angefangen? Niemals Will ich doch nie bringen So eine linke Aktion Ah Ja Läuft schon, ne? Läuft schon ohne dich, Kumpel Auf jeden Fall Geht es da noch weiter Immer schön springen Dann geht es schneller Ja, ja Wir haben ja Zeit Aber trotzdem Ich will jetzt endlich Risen 2 spielen Deswegen mache ich Risen jetzt fertig Hier ging es noch oben Okay Okay, euch hole ich wohl so weg Ey So, Echsenpriester Die werde ich wohl irgendwie so wegholen Ist die beste Möglichkeit Alter Schlucken die viel Also, ne, ne, ne Das mache ich irgendwie anders Hätte ich mal die Aschebestie aufgehoben Ich muss es aber so machen Wenn ich da jetzt mit Levitation rüberfliege Bin ich so tot So Dauert jetzt eventuell ein Momentchen Was könnte ich mir für eine Geschichte erzählen Das war einmal der kleine Otto Er ging zu Benjamin Blümchen Und sollte Seinen Rüssel in die Hand nehmen Daraufhin schrie er und rannte weg Ende War das nicht eine schöne Geschichte? Leider wird dieser Echsenkrieger Sie nie erzählt bekommen Weil ich ihn umbringe Ey Nicht daneben schießen Das könnte jetzt echt ein bisschen dauern Vielleicht hätte ich echt mal Geschicklichkeit skillen sollen Hätte ich auch den Superbogen Wie dieser Jäger da Mit dem wir den Gürger getötet haben Ja Leuts Aber sie gehen down Und es dauert halt einen Moment Muss man halt jetzt mit leben Aber Das wird sich lohnen Weil anders kriege ich die jetzt nicht weg Und da wir so eine scheiß Armbrust haben Und kein Geschick für den Bogen Weil ich halt ein Krieger bin, ne Und auf Schwertkampf skillet habe Obwohl ich auf Axtkampf hätte skillen sollen Ich bin so blöd Ich bin so blöd Blöd Mit diesem Kriegshammer könnte ich jetzt hier so durchrennen Das mache ich dann mit den nächsten Leveln Ich mache jetzt gar nichts Ich gehe jetzt Auf die Axt dann Wenn ich natürlich genug gelevelt bin Leider kann man seine Skills nicht zurücksetzen Also nur mit Cheats Aber Ich weiß nicht Ob das auch so gut geht So Auf die Hälfte habe ich sie unten Ich brauche auch immer voll lange Um diese Armbrust nachzuladen Oh je Den Priester werde ich dann irgendwie mit der Klinge töten können Mal zwischendurch speichern Nicht dass es abschmiert Das Spiel Ich vertraue dem Game nicht mehr Stellt euch mal vor Ich bin dann beim letzten Boss Hatten fast Ein Schlag fehlt noch Ich würde es gerade so schaffen Batz Spiel ich mit ab Das wäre natürlich echt mies Ab die drei hätte ich eh nicht down bekommen Mit meinem Schwert Deswegen ist es hier ganz gut Inzwischen hätte ich Würde ich mir eh wünschen Dass ich in die Vulkanfestung gegangen wäre Und zum Don Äh Zum Inquisitor Aber dann könnte ich Magie lernen Und könnte mir trotzdem Und hätte trotzdem Axtkampf lernen können Dann wäre ich jetzt so overpowered Dann würde ich Feuerbattle schießen Auf die Dann wäre ich richtig OP Nö Ich muss ja Bandit werden Und so ein Lutscher bleiben Die Inquisition ist viel stärker Hat bessere Sachen und so Das ist eigentlich voll scheiße So aber die haben wir jetzt gleich Das hat sich gelohnt So den haben wir jetzt gleich Den haben wir jetzt gleich Den haben wir jetzt gleich So Und jetzt noch den runter ballern Dann gucke ich mal Ob ich den Priester noch irgendwie erwischen kann Ich meine da steht hier rechts rum Gebe ich mir jetzt Headshots Ziehen glaube ich ein bisschen mehr Ja ich glaube Headshots ziehen echt mehr Und da rechts steht da rum hier Kann ich leider nicht erwischen Ich verschieße irgendwie gerade meine ganzen Pfeile Oder Bolzen Aber Haben sie wegen sind nicht mal Verwendung Man levelt viel zu wenig Es gibt nicht genug Mobs um zu leveln Man bräuchte viel mehr Skills und so Ich hätte einfach nur Axtkampf lernen müssen Dann wäre alles gut Dann würde ich auch drei auf einmal down kriegen glaube ich Vielleicht werde ich irgendwann mal Eine Season 2 von Risen machen Wo ich dann zur Inquisition gehe Aber ich bin eigentlich nie so für die Inquisition Ich bin eher für so Für die Banditen Deswegen bin ich halt auch hingegangen Aber halt Magier sein Ist halt glaube ich besser Schätze ich mal Ich glaube ich weiß es sogar So noch zwei Schüsse Dann müsste es gewesen sein mit dir Perfekto Dich muss ich noch weg holen Ey du wirst glaube ich auch Problems machen Zack So erstmal speichern jetzt Die Entfernung kann er uns nichts Oh doch kann er wohl Ah ne kann er nicht Ja deine Feuerbrälle bringen dir hier wohl nichts Das war der letzte Hä Keine Munition mehr Scheiße Oh du Scheiße Okay Da muss ich jetzt anders machen Nehmlich Oh der Kriegshammer Oh ich hätte ihn zu gern Ui Nehm ich Nehm ich auch So Noch zweimal Levitation Da 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 Wir fliegen jetzt hier rüber Und du bist gleich Keine Munition mehr Hinüber What the fuck Ein Wächter Hey das haben wir nicht gespielt So haben wir echt nicht gespielt So haben wir echt nicht gespielt Das ist jetzt nicht cool Alter Alter wir haben echt Probleme jetzt So kriege ich die nicht weg Ach scheiße Wie soll ich die denn machen Weißt du was Wir gehen hier erstmal raus Und holen uns wieder bolzen Weil dann kann ich sie auch umbolzen Aha So alles mitnehmen Und holen uns wieder Ich danke dir Ich danke dir Also Ich danke dir Ich danke dir Vielen Dank.